Jo Freunde und damit ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Benni. Ich bin gerade auf der Website makerworld.com. Das ist eine Plattform von Bambu Lab, bei der ihr diverse kostenfreie 3D-Druckmodelle bekommt. Ich möchte heute eine Lampe drucken und ich wollte in diesem Video euch einfach mal zeigen, dass das mit ein paar Mausklicks auch relativ einfach geht. Ich habe jetzt hier dieses Modell gefunden, das fand ich richtig cool. Wir benötigen gleich aber auch noch ein kleines Hardware-Kit, weil irgendwo muss ja die Lichtquelle auch herkommen. Wenn wir uns jetzt hier diese Traffic-Coon einfach mal anschauen, haben wir hier verschiedene Dateiformate, wie wir es runterladen können. Wir können es als STL-Datei runterladen oder auch noch in einem anderen 3D-Druckformat oder wir können es auch ganz normal direkt in Bambu Studio öffnen. Das ist ja die Software von Bambu Lab, die ich euch das letzte Mal auch gezeigt habe im letzten Video. Wir benötigen jetzt auf jeden Fall noch vom LED-Lamp das Kit 001. Da ist so eine kleine Lampe drin, die hierfür perfekt konzipiert wurde und auch dann relativ easy, wenn man alles richtig macht, in die Lampe passt. 13 Euro kostet das Kit, das habe ich selbst gekauft und das kam nach knapp drei Tagen auch bei mir an. Ich hätte das an einem Sonntag bestellt, das ging richtig, richtig flott. Es gibt ja auch noch spezielles Filament, was man dafür nutzen kann. PC-Filament, das ist nochmal ein bisschen lichtdurchlässiger. Ich habe jetzt aber hier anderes Filament genutzt, weil dieses PC-Element oder PC-Filament, besser gesagt, habe ich in dem Orangeton nicht gefunden. So, wir drücken jetzt auf Open Bambu Studio, dann öffnet sich die Software und lädt dann direkt dieses Modell in die Software rein. Das seht ihr jetzt hier und das dauert einen kurzen Augenblick, je nachdem wie groß das Modell auch ist. Und hier haben wir dann jetzt quasi die fertige Druckdatei. Sieht jetzt erstmal ein bisschen komisch aus, auch mit diesem Turm da links. Das ist ein Reinigungsturm, damit hinterher die fertige Druckdatei auch sehr gut ausschaut. Wir machen jetzt ein paar Einstellungen, damit das auch alles dann druckfertig ist. Erstmal slicen wir das Ganze, dann können wir oben rechts ein paar Parameter sehen. Wir sehen unter anderem, wie oft Filamentwechsel durchgeführt wird, wie viel Filament wir benötigen von jeder Farbe. Und jetzt sieht das schon ein bisschen mehr nach Pellone aus. Hier unten kommt dann hinterher die Lampe rein, plus das Kabel wird da durchgelegt. Da können wir dann auch einmal den Deckel von der Lampe, die ich da eben gezeigt habe, von Bambu Lab für nutzen. Der wird hier auch empfohlen. Jetzt tätigen wir noch ein paar Einstellungen. Ich arbeite gerne mit Stützstrukturen. Falls eine benötigt wird, wird die hier automatisch hinzugefügt. Es kann, also man kann so viele Sachen hier ändern. Von vielen habe ich teils gar keine Ahnung, weil es einfach so viele Änderungsmöglichkeiten gibt. Jetzt müssen wir noch den Drucker einmal anpassen, weil der ist jetzt für den A1 gewesen, die Druckeinstellung. Wir haben den X1 Carbon. Da habe ich das jetzt auch dementsprechend angepasst. Drücke nochmal auf Druckplatte Slicen. Das dauert wieder einen kurzen Augenblick. Und dann bekommen wir sofort wieder unsere Einstellungen an der Seite. Je nachdem, wie groß so ein Modell ist, kann das, wie gesagt, auch einen kurzen Augenblick dauern. So wird das hinterher ausschauen. Hier arbeiten wir tatsächlich mit einer kleineren Stützstruktur, damit das auch hier alles soweit klappt. Das können wir dann hinterher ohne Probleme mit dem Endgrater rausbrechen zum Beispiel. Das ist dann ganz gut. Genau. So. Und das passt jetzt soweit alles. Die Einstellungen sind getätigt. Und jetzt können wir dann im Prinzip auch mit dem Druck starten. Ich zeige euch nochmal hier das Filament, was ich habe. Links ist einmal das PC-Filament von BambuLab und rechts ein transparentes oranges Filament, was ich da habe. Das setze ich jetzt auch hier ins AMS ein. Das ist ganz einfach. Einfach da reinstecken. Und schon zieht er das jetzt gleich rein. Da seht ihr, hat er schon erkannt. Ich habe da jetzt auch links noch ein ganz anderes Filament mit drin. So schaut das dann letztendlich aus. Hier ist die Druckfläche von dem BambuLab X1 zu sehen. Und jetzt gehen wir dann auf Druckpalette drucken. Wir wählen dann hier nochmal unseren Drucker aus. Filamentkontrolle und 3 Stunden 13 Minuten benötigt das Ganze. 93,79 Gramm an Filament brauchen wir. So, wenn das alles passt, klicken wir auf Senden. Und dann sendet er den Druckauftrag per WLAN an den 3D-Drucker. So, das dauert auch einen ganz kurzen Augenblick. Und dann können wir gleich weitermachen. Ich freue mich sehr auf eure Reaktion, wie die ausfällt. Weil ich finde diese Pylone ziemlich geil. Die steht auch direkt neben mir. Und ich habe auch selbstverständlich natürlich einen Zeitraffer für euch vorbereitet. Der wird auch automatisch gemacht, wenn man den hier angeklickt hat. Das sieht man dort. Alle Einstellungen sind ja soweit auch aktiviert. Und ich hatte mich jetzt dazu entschieden, hier nicht vorzuspulen, sondern das einfach mal so laufen zu lassen, wie das laufen sollte. Ihr bekommt dann hier noch eine Live-Ansicht. Die braucht immer einen kurzen Augenblick. Und da könnt ihr auch über die Handy-App beispielsweise zuschauen. Gut, dann gehen wir jetzt in den Zeitraffer. Und dann seht ihr mal, wie geil das eigentlich aussieht. Hier muss ich dazu sagen, das ist ein Fehler von mir gewesen. Warum? Es war ein komplett neues Filament von einer Marke, die ich noch nicht kannte. Und dementsprechend hätte ich da die Temperatur anpassen müssen. Das seht ihr jetzt gleich auch, wenn die Pylone fertig ist. Weil so an sich sieht das ja ziemlich geil aus. Jetzt kommt der Filamentwechsel und jetzt kommt sofort wieder der Filamentwechsel. Genau jetzt. Und ihr merkt jetzt, achtet mal, es ist runtergefallen. Der Deckel davon ist runtergefallen. Woran liegt das? Liegt einfach an der falsch eingestellten Temperatur. Jedes Filament braucht eine unterschiedliche Temperatur. Manche brauchen 190 bis 240 Grad, andere nur 230 Grad, andere teilt sogar 250 Grad. Das kann dann durchaus mal passieren. Hier seht ihr das LED Lamp Kit 001, was ich hier habe. Das werden wir sofort auch einmal ausprobieren, damit ihr das auch einmal sehen könnt, wie das ausschaut. Das wird ganz normal per USB an einen USB-Stecker angeschlossen. Und jetzt haben wir hier einen Lichtschalter. Und ihr seht, das ist ziemlich hell. In so einem schönen, warmen Weiß. Das konnte ich mit der Kamera gar nicht so gut auffangen, wie hell das eigentlich ist. Ich habe das auch mitten am Tag gedreht. Aber das seht ihr jetzt gleich nochmal in deutlich schöner, wie das jetzt hier ausschaut. Mit unserer Pylone. Ich finde, das kann sich sehen lassen. Aber wir müssen jetzt mal kurz noch hier den Deckel oben drauf packen. Das geht auch schöner, Benni. So sieht das definitiv schöner aus. Und das ist jetzt die Pylonenlampe. Ich finde, für das Projekt ist das sehr gut gelungen. Danke euch recht herzlich fürs Zusehen. Und hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gebt dem Video gerne Bewertungen. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut. Bis dahin, euer Benni. Yay. So. 係